So, kleiner Nachtrag. So. Das ist auch diese dämliche Starcoin, nämlich eingesammelt. Die hat uns nämlich noch gefehlt in diesem lustigen Geisterturm. So, das wollte ich euch nur noch sagen. Gleich gehen wir wieder los in die lustige, in das lustige Level, das wir freigeschaltet haben. So, willkommen zurück, liebe Freunde. Ja, ihr habt jetzt gerade eben gesehen, wo sich die Starcoin auffällt. Und jetzt werden wir 6-8 bestreiten. Sunken Boneyard. Ich frage mich, wie viele Geisterlevel wir hier noch erleben. Also, die wollen mich hier, glaube ich, ein bisschen quälen mit dieser Welt. Also, weil so gesehen finde ich diese Welt, ja, so lala, würde ich sagen. Auf jeden Fall finde ich das mal richtig geil, dass man hier jetzt so ein Schiff hier, glaube ich, interagiert hat in der Felswelt. Und okay, jetzt darf ich auch noch mal wieder das hier benutzen. Okay. Wow, finde ich geil. Ich hätte mich gerne gefreut, wenn der da drin geblieben wäre. Aber, ah, ich merke schon, was ich nicht brauche, mein Freund. Oder euch beide, besser gesagt. Wow, wow, wow. Äh, toll, das bringt ja nichts. Naja, egal. Hauptsache, wir können jetzt hier durch. Ah, okay, interessant. Nicht so. Na toll, das kann ich auch nicht machen. Naja, ist klar. Ich wollte schon. Ich habe das gesehen, dass man wieder schneller da sein muss. Na, vielleicht kann ich da ja noch mal rein. Oh, ich mag die Dinger überhaupt nicht. Aber wir können hier noch mal rein. Okay, wir haben ja mehr als 600 Sekunden Zeit. Also, dann kann ich es ja noch mal probieren. So, erstmal hier rein. Nicht, ich wollte doch nicht drauf springen. Ich bin doch weggesprungen. Mann. Also, jetzt regt mich das schon wieder richtig auf. Ja, mach doch das Ding kaputt. Was ist denn daran bitte so schwer? Geht doch. So, jetzt bitte... Zum dritten Mal. So, hier lang bitte. So, mach das schön kaputt. Und dann geh in dein Verderben. Wunderbar. Warum nicht gleich so? Warum nicht gleich so? Muss es ja immer wieder auf die Spitze treiben. Naja, egal. So, alle guten Dinge sind drei. Wie man bekanntlich so schön... ...sagt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt schon wieder verloren habe. Und es war mir klar, dass hier nur ein One-Up drin ist. Was ich so gut wie gar nicht brauche. Oh. Äh, nee. Das mache ich lieber nicht. Was soll mir die Münzen und das da bringen? Nee, das mache ich lieber nicht. So, also sich... Ja, schon, dass ich brauchen würde. Aber, na, egal. Es hat eh jetzt nichts mehr gebracht. Hatte eh keinen Sinn mehr. Ich würde sagen, wir fangen einfach nochmal neu an. Wir setzen alles wieder auf Null. Starten sozusagen den Part neu. Aber gut, das machen wir natürlich nicht. Machen wir nur so... ...so sozusagen sinngemäß. Und werden das jetzt nochmal machen. Und werden jetzt hoffen, dass es mit der ersten Starcoin klappt. Und dass wir diesmal keine Probleme haben. Weil das ist nicht so notwendig. Um das mal so zu formulieren. Und ich sollte mir irgendwann auch mal echt daran denken, mal jetzt langsam was zu holen hier. Ganz gerne runter, dich nichts gegen einzuwenden. So. So, die sind weg. So, und jetzt das Ding da wegmachen. Und die Starcoin holen. Du dummes Ding da. So, hier lang. Nicht weiter kaputt machen. So ist das fein. So ist das sehr schön. Dankeschön. Das ist echt nett. Könnt ihr auch noch da rechts was verstecken. Aber ich vertraue mal darauf, dass sie da nichts versteckt haben. Aber, na gut. Es ist natürlich auch denkbar, dass das sein könnte. Boah, ey. Dass ich das schon wieder nicht daran gedacht hab. Genau, den einen lassen wir mal. Und dann machst du uns nochmal das da kaputt. Ich sag, du sollst uns das da kaputt machen. Na egal. Ne, lassen wir doch lieber. Wir brauchen keine... ...keine Red Coins. So, schon viel schöner das Ganze. Okay. So, und lass mich raten. Du versteckst doch da auch was, ne? Ja, ich wusste es doch. Du versteckst die Starcoin. Ich hab's doch geahnt. Ja, so reicht's. Ich hab's doch gewusst. Du versteckst die Starcoin hinter dir. Ich hab's doch irgendwie so geahnt. So, haben wir hier noch was drin oder... Ah, eine Feuerblume. Okay. Aber die spare ich mir jetzt mal. Ich versteh ja schon wieder nicht, warum ich da schon wieder so die übelsten Probleme bei dem Level hab. Dabei ist das doch eigentlich auch nicht schwer. Okay, noch ein One-Up. Ja, hier wird eigentlich alles wieder einem geschenkt. Ich versteh echt nicht, warum ich manchmal so die Probleme hab. So, ich warte jetzt mal eben... Oder mach das so. Nimm mir das Fass dann mit und schmeiß das dann eben direkt in den Rachen rein. Oder auch nicht. Ja, immer schön, wie meine Pläne aufgehen. Wow. Und das war knapp. Das war richtig knapp. Okay. Irgendwann sagt mir, ich muss den P-Schalter aktivieren. Ich hoffe mal, dass wir das doch nicht machen müssen. Äh, nee. Wir müssen das anders machen. Wir müssen im richtigen Moment das Fass werfen. Und das hat funktioniert. Spitzenmäßig. Das find ich schön, wenn das so gut klappt. Okay, hier können wir jetzt nochmal, wenn wir schnell sind... Ja. Auch nicht so das Problem, dass wir uns da nochmal ein One-Up holen. Ja. Wunderbar. 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 So, ich bin ja mal gespannt. Schaffen wir es heute in diesem Part, diese Welt abzuschließen? Weil das sieht mir jetzt schon wieder aus, als wären wir in eine andere Welt reingehen. Und das sind Bomb-Obs. Bomb-Oms. Ja, es ist eine neue Welt. Die E-Welt. Bombshell Bridge. Okay. Das sieht schon mal sehr verheißungsvoll aus. Aber das ist, wie gesagt, dann, wenn wir hier fertig sind. Jetzt geht es erstmal nach Delusion Castle. Und der Name hört sich nice an. Und das sieht weniger nice aus. Ein Geisterschloss. Ja. Äh, ja. Das könnte bestimmt sehr lustig werden. Aber immerhin kein nerviger... Kein nerviger... Keine nervige Dunkelheit. Ich bin auch sehr vorsichtig, was das Klettern anbelangt. Da gibt es immer mal die Probleme. Äh, wie zum Teufel soll man den Schalter da drücken? Ich traue mich da nicht runter zu... Ah, doch, kann man. Okay. Oh, eine Röhre. Na, guck an. Guck mal eine an. Na, guck mal eine an. Was haben wir denn hier so? Schon wieder Dunkelheit direkt. Okay. Okay, was haben wir hier, Schickes? Ich weiß gerade nicht, was diese ganzen Blöcke hier sollen. Oh, geh doch mal hoch, Mario, hier. Boah, scheint mir nicht der Sinn danach in diesem Level, wenn ich ehrlich bin. Einfach irgendwo wahllos solche platzierten Blöcke. Ja, gut, da ist nochmal ein One-Up. Aber, ja, irgendwie so platzierte Blöcke für One-Ups. Ja, gut, von mir aus. Scheint aber keine Starcoin hier zu sein, was ich etwas schade finde. So, da war der Buhu. Oh, das Ding, okay. Und das war der Tod. Ja, das meine ich damit sich festhalten. Ich denke, es wäre ratsam, sich hier einen Propeller-Head zu nehmen. Und da wir ja ein paar im Überfluss haben. Na, nicht so viel, aber wir haben eher Pinguine im Überfluss. Aber egal, nehmen wir jetzt hier einen Propeller-Head. Und dann kann er sich auch direkt danach festhalten. Aber es ist mir viel sicherer, das mit dem zu machen. Okay, also ich vertraue mal darauf, dass hier jetzt nichts ist. Das ist auch nicht einfach. Oh, was haben wir denn hier? Ist Feines. Ein One-Up. Wer hätte das geahnt? Okay. Ja gut, das geht eigentlich. Das ist ja auch nicht schwer. Okay. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Würde ich sagen. Okay, ja gut. Die ist... Ah, ein bisschen trickreich hier. Aber gut. Okay, eine Feuerblume interessiert mich noch nicht. Ja, mit dem Propeller-Head ist das Level ziemlich einfach. So, hier irgendwas versteckt ist drin. Ne, nicht. Okay. Die reichen mir sogar schon. Ah, ha, 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 ha. Eine blaue Röhre. Wo führt uns denn diese schöne Röhre hin? Zur nächsten Starcoin. Interessant. Ja gut, das war aber auch, wie gesagt, mal wieder nicht so schwer. Und lass mich raten, da ist ein One-Up drin. Ne, nur Coins. Okay. Hätte ich jetzt eigentlich mit gerechnet. Sieht aber vom Design richtig nice aus. Doch, muss man sagen. Sieht richtig, richtig nice aus. Ja, die gelbe Röhre da oben ist mir auch aufgefallen. Da wäre ich eigentlich auch hingegangen. Aber wir gehen jetzt zu dieser roten. Direkt zur Halbzeit. Okay. Ah, hier wäre wieder eine Feuerblume, die uns aber erstmal nicht interessiert. Ich probiere das jetzt mal ohne. Ich kann mich ja im letzten Moment dann noch retten. Und das war ziemlich angebracht in dieser Situation. Hei, hei, hei. Okay, hier kommt auch wieder aufs Timing an. Wow. Gerade so kam er dann da runter. Guck mal, da unten habe ich doch auch was gesehen. Es waren nur Buhus. Okay. Die brauchen mich nicht zu interessieren. Wow. Ach, das hätte ich lieber sein lassen sollen. Naja, egal. Hier ist eine Feuerblume. Das finde ich gut. Okay, und wir sind schon hier beim Boss. Okay, das ist ja schön. Und was soll das hier alles noch? Okay, das ist hier wahrscheinlich noch irgendwo. Ein Power-Up. Ja, eine Feuerblume gäbe es hier auch noch. Aber die brauchen wir nicht. So, wer ist der Boss im Tower? In diesem Geisterturm war es hier ein riesiger Buhu, den wir mit Blöcken bewerfen müssen. Und es sieht mir so aus, als wäre das auch dieses Mal der Fall. Naja, gut. Von mir aus. Soll der ruhig kommen, dieser dicke, fette Buhu. Oh, jetzt haben wir unsere geilen Lichtblöcke. Aber nicht so wirbeln, Mario. Nicht so blöd wirbeln. Das brauchen wir nicht. Wir haben auch Zeit genug. Also da müssen wir uns keine Hektik machen. Das ist immer so lustig, wenn die auf Marios Kopf fallen. So. Und der hier... Ah, aber es wurde ein bisschen schwieriger gemacht. Jetzt sind hier so Stacheln im Boden. Okay, interessant. Das macht es etwas schwieriger, die ganze Sache hier. Das macht es deutlich schwieriger. Jetzt muss ich schon wieder zurückgehen. Das ist echt blöd. Wenn man einmal einen Fail hat, dann kann das echt schon ein Leben kosten. Ja, komm nochmal zurück hier. Ich brauch die hier nochmal. Ah, noch einen. So. Direkt geworfen. Ah. Das ist nicht einfach. Und ihr merkt auch wahrscheinlich, dass ich jetzt ein bisschen leiser bin, weil ich mich hier da doch konzentrieren muss. Das ist nicht einfach. Das ist absolut nicht einfach. Aber ich glaube, so langsam haben wir ihn. So langsam haben wir das in der Tasche, merke ich. Ja, er schwächelt langsam. Ah, nur das sollte ich nicht so oft machen hier. Ah, komm nochmal her. Ja. Das war ein schöner Treffer. Wie weit? Ah, da ist der Schalter. Okay. So, letzter Treffer. Und tschüss, Riesen-Buhu. Mega-Buhu. Wunderbar. Wunderbar. Ja, sehr schön. Dann haben wir noch Zeit. Ach ja, stimmt. Es gibt ja auch noch das Airship. Oh. Wer wird denn da der Gegner sein? Da frag ich mich jetzt echt. Ja, und... Ah, das haben sie aber richtig geil gemacht. Der, ähm... Das Schiff-Level ist ein versunkenes Schiff. Wie damals zu Zeiten von Super Mario... Super Mario 60... Super Mario World, genau. Da rechts sehen wir die dritte Welt. Aber wir gehen jetzt zum Shipwreck Galleon. Galleon. Zur schiffsbrüchigen Galleone. Und ich merke schon, man ist hier da doch auf, ähm... Auf Super Mario World eingegangen. Weil das sieht doch ziemlich danach aus. Außer natürlich, dass man da nicht so runterspringt. Das ist das, was da schon die ganze Zeit da war. Aber das sieht ziemlich nach Super Mario World aus. Aber man hat sich ja vielen, vielen Elementen aus Super Mario World bedient. Das finde ich gut. Und vor allem finde ich auch gut, dass wir hier einen, ähm... Pinguin finden. Du, 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 du. Aber ich finde echt, das ist echt geil gemacht. Hier vom Design her und vom Setting. Aber die bewegen sich... Nicht wirklich. Ja, genauso wie ich. Ah, dass es nur so dunkel ist. Das macht die Sache auch schon wieder schwieriger. Oh. Naja. Aber immerhin ist es besser, als das hier... Als in Super Mario World, wo sie einfach so ganz plötzlich erschienen sind. Und dann wieder verschwunden sind. Und ja, hier ist es doch etwas einfacher. Und warum sind hier Münzen? Nur zum Spaß. Ja, nur zum Spaß. Okay, wir gehen schon wieder raus aus dem Wasser, wie mir scheint. Müssen wir uns jetzt runterfallen lassen, oder? Ja gut, nee. Da hatte ich nämlich ehrlich gesagt keine Lust zu. Na, schade. Das hätte beinahe geklappt, aber hat es so nicht. Nee, das geht auch so nicht. Vielleicht mit dem Kugel-Willi. Nee, geht auch nicht. Nee, da müssen wir schon irgendwie dahin. Boah, das ist nicht einfach, wenn da diese Kugel-Willis sind. Und eigentlich, äh... Ja, bin ich dem ausgewichen. Eigentlich. Ah, ich sehe schon das nächste Level, was mir schön viel Freude bereitet. Aber so werden wir bei unseren Pinguinen los. Ja, es ist doch gut. Das große Gruseln im... Shipwreck, äh, ja, im schiffsbrüchigen... Äh, schiffsbrüchigen Schiff. Das passt irgendwie wie die Faust aufs Auge, so. Und jetzt nicht so voreilig hier. Oh, das ist nicht einfach. Oh, ging aber gerade so gut. Immerhin sehen wir die Buchus. Also das wäre ja echt fies, wenn wir die nicht sehen könnten. Aber gut. Ja. Man sollte das echt konzentriert angehen. Dann ist das eigentlich immer wieder kein Problem. Eigentlich. So, und ich denke mal, wenn ich jetzt auch das einfrieren kann, dann müsste ich auch da hochkommen. So, dann kann ich nämlich jetzt schön hier einen Wandsprung machen. Dann ist das alles kein Problem. Ähm, 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 ähm. Ich muss ja nicht fragen, warum hier so ganz versteckt hier so eine Röhre ist, ne? Muss ich ja nicht fragen. Okay, Schnelligkeit ist wohl gefragt. Ja, die ist gefragt. Aber, ne, das war jetzt nicht so wirklich die große Herausforderung, wenn ich ehrlich bin. Gut, das sage ich eigentlich oft, ne? Das stimmt aber leider irgendwie. Also, ich finde jetzt nicht, dass die Starcoins wirklich die allzu große Herausforderung darstellen. Also, da sind die doch in vielen Teilen des Originals doch deutlich schwieriger als hier. Ja, soll mir das Angst machen? Hm, mal sehen. Das sieht auf jeden Fall nicht so wirklich verheißungsvoll aus, diese riesen ganzen Buchus. Nein, nein, ihr kommt nicht auf einmal. Ihr werdet nicht auf einmal ganz plötzlich erscheinen. Das verbiete ich euch. Okay, bisher sieht's nicht danach aus. Oh. Okay, noch ein Pinguin. Interessiert mich nicht. Ich möchte nur die Starcoin. Lass mich raten, die ist hier. Ach, was hab ich gesagt? Einfach schön nach oben schwimmen. Einfach schön um ihn herum schwimmen. Oder so einfach. Und dann schnell und dann einfach weiter schwimmen. So, du kriegst eine rein mit dem Eiswürfel. Und dann, ja, sind wir auch schon hier weiter. Und da ist auch schon der Boss, der komische Eiji. Ne, oder ist das Larry? Ich weiß das gar nicht. Ich merke mir nie die Namen. Aber ich muss ja nicht sagen, dass der eine richtige Flasche ist. Also von allen Gegnern, die hier in diesem Schiff sind, ist er der größte Schwächling von allen. Und ich glaube, dann könnten wir auch noch das erste Welt der nächsten Welt machen. Genau. Ja, Larry oder Eiji oder wie er auch heißt. Oder keine Ahnung was. Ne, ich müsste Eiji sein, ne? Hatten wir die nicht schon? Hm, egal. Auf jeden Fall ein richtiger Trottel, wie alle anderen Kooperlinge auch. Aber ich finde das echt geil gemacht, dass die in den Schiffen sind. Und dass man da dann halt in den Schlössern andere Bosse hat. So, wir haben alles in Pumpkin Boneyard. Und das sieht nach Welt 7 aus. Ja, aber die werden wir ein anderes Mal machen. Jetzt gehen wir noch zu Welt, zu Level 1, der 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 kleine Nebenwelt. Die da heißt Boomshell Bridge. Okay. Wenn wir hier viele, man trifft hier anscheinend auch viele Bom-Boms. Oh, und die Musik. Die hat's drauf, die Musik. Du, 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 du. Es ist doch Yoshis Super Mario World, ne? Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. One Up. Im Ernst? Ja, ich denke noch nicht, dass der P-Switch irgendeine Bedeutung hat. Ich werde aber gucken, dass ich ihn trotzdem aktivieren kann, ja. Nur um wieder Münzen zu machen. Okay, wir dürfen hier runter, okay. Es ist schwierig, wenn man das immer noch den P-Switch hat, aber ja, ansonsten ist es kein Problem. Ach ja, da kommen doch direkt schon wieder Erinnerungen wach bei dieser Musik. Wow, und das ist nicht einfach. Vor allem, weil es ja auch Sidescrolling ist. Das macht's ziemlich schwierig. Ja. Und das macht's auch schwierig. Die werde ich bestimmt nicht bekommen. Wow, doch, die krieg ich. Ich bin erstaunt. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, weil das ist eigentlich ziemlich schwierig immer, wenn man versuchen muss, mit einer Bomb-Omb so ein Ding da freizusprengen. Aber das finde ich gut. Muss mich mal kurz kratzen. Ich entschuldige mich, dass ich da jetzt unterbrechen musste, aber es muss jetzt sein, weil sonst kann ich mich nicht mehr für den Rest hier konzentrieren. Und jetzt kratzt es mich schon wieder, ey. Meine Güte, das gibt's doch nicht. So, wie gesagt, Verzeihung, jetzt kann's weitergehen. Und schon wieder ein ziemlich dämlicher Fail. Moment mal, das ist doch auch ein Super Mario... Ne, jetzt New Super Mario Bros für den DS, ne? Das kann sein, ne? Zumindest kommt mir auch die da in Erinnerung. Genau, es ist doch Super Mario Bros für den DS. Und ich glaube auch, die spielt im Wii-Teil. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist die im DS-Teil vorhanden. Da kann ich mich definitiv erinnern dran. Ja, und das ist jetzt auch nicht schwer, die letzte Starcoin zu holen. Ja, das passt. Also das Level wirkt schwerer, als es in Wahrheit ist. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Bumm. Und du wirst uns auch nicht treffen, du blöde Bombe. Ja, wunderbar. Ich würd sagen, wir machen noch ein Level, ne? Ja, eins machen wir noch. Das passt doch super. Das hat super reingepasst hier. Na gut, wir hatten zwar noch am Anfang das mit der Starcoin der Geisterwelt. Aber komm, ein Level können wir noch. Eins geht noch. Und wenn wir uns weiter schön mit diesen Bomben rumärgern dürfen. Fallout. Food Bridge. Okay. Ach ja, ne? Jetzt werfen auch schon Hammerbrüder mit Bom-Bom-Oms. Okay. Kreative Idee. Muss ich mal so sagen. Gab's, glaube ich, auch noch nicht so. Zumindest kann ich mich daran nicht erinnern. Wow. Ähm. Okay, da kommen andere Bom-Boms noch. Okay, das ist gut. Weil ich brauch so einen jetzt, um den da runter zu schmeißen. Ja, so natürlich nicht. Nein, man kommt da noch einer. Ich muss den von der anderen Seite rüber runter schmeißen. Wunderbar. Ja, kompliziert. Aber wenn man das weiß, ist das natürlich auch nicht schwer. Wenn ich ehrlich bin. Schön mit der Bom-Bom-Dinge killt. Soll ich da wirklich runter springen? Na gut, ich glaube, wir müssen es sogar. Na gut. Oh, Fische von unten. Springende Fische. Das finde ich sehr nett. Oder auch nicht besser gesagt. Boah. Hä? Was ist denn da? Ich bin jetzt einfach nur so hingesprungen. Hier könnte man sich auch schon ein One-Up holen. Aber sonst ist hier wohl nichts. Ja, gut. Für ein One-Up, aber mehr auch nicht. Ja, die Röhrer habe ich da nämlich gesehen. Die Fische machen mir Angst. Die machen mir richtige Angst. Du, 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 du. Ja, erst Halbzeit. Ich hatte aber schon bei acht. So, so, hä? Sind bei der Halbzeit. Und, ja. Nur erst eine Starcoin. Aber bisher finde ich das Level jetzt auch nicht so schwer. Boah. Und das war, das war Reflex. Das war richtig Reflex, muss ich sagen. Aber es ist jetzt schon das zweite Mal, dass man so ein Bomb-Om braucht, um die, ähm, zu bekommen, die Starcoin. Naja, gut. Kann man die Idee ruhig auch zweimal verwenden. Habe ich eigentlich nichts gegen. So, was haben wir hier? Nur Münzen? Oh, scheint so. Okay, von mir aus. Ich finde aber echt die Idee geil mit diesen, ähm, Bomb-Oms. Okay, das ist nix. Okay. Wow, wow, wow. Okay, wir haben die dritte Starcoin nicht. Dann würde ich sagen, ich kann mir auch schon denken, wo die ist. Wir sehen uns dann gleich bei der Starcoin. Aber erst nochmal gucken, eben, wie das jetzt so aussieht. Was wir nur noch sehen hier. Ach, gut. Kein besonderes Level. Gut, dann, ja, bis gleich noch bei der Starcoin. Na, fällt euch hier was auf? Richtig, das ist eine Röhre. Die sieht man ja auch so unbedingt. Naja. Hier hätten wir Starcoin number three. Okay. Damit würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, der heutige Part. Endlich haben wir diese blöde, ähm, Geisterwelt abgeschlossen. Im nächsten Part werden wir uns die, ja, diese Bonus-Welt hier ansehen. In die E-Welt mit den ganzen Bomb-Oms. Und vielleicht werden wir da schon zur Welt 7 gehen. Und was wir schon von dieser Welt 7 gesehen haben, ist, dass sie hier richtig nice ist und geil. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr freut euch auf den nächsten Part. Also, bis dann und tschüss, euer Jake 125.